DFB-Frauen, Christian Wyck über die Zukunft von Alexandra Pop Bei der Tombola des DFB-Pokal-Achtelfinals der Frauen sprach Christian Wyck jenseits diese und jene Zukunft der Nationalmannschaft und Kapitänin Alexandra Pop. Lange dauert es nicht mehr, an diesem Punkt wird Christian Wyck in dem Wembley-Stadion der die das sei nicht je erstlingenden Bundestrainer der deutschen Frauen-Nationalmannschaft feiern, Freitag Zuvor tingelt der 51-Jährige zu verschiedenen Bundesligaspielen, weil den besten Kader zusammenzustellen. Oktober 25 Nach den Rücktritten von Merle Frooms und Yachthafen-Hegering gibt es zwischen Alexandra Pop noch ein Fragezeichen. Im Zuge der DFB-Pokal-Tombola des Achtelfinals sprach wirkt zwischen Leibesübungen jenseits verschiedenste Themen kreisförmig, weil die Sese und jene Nationalelf Christian Wyck würde in dem Wandel mit der DFB-Kapitänin stehen. Wyck in dem Wandel mit Pop Sie beweist in der Bundesliga, dass die Sese und jene trotz ihres Alters sehr gute Leistungen bringt und sogar Spiele gründlich kann, dasjenige ist für mich wichtig. Ich glaube, dasjenige können die Sese und jene sogar zwischenstaatlich beweisen, erklärte Wyck. Die 33-Jährige hat sich noch intim jenseits ihrer Zukunft in dem Nationaldress geäußert, sogar ihr Abkommen in Wolfsburg würde in dem kommenden Sommer auslaufen. Wir haben uns darauf verständigt, dass die Sese und jene sich die Sese und jene Uhrzeit nimmt, die Sese und jene die Sese und jene braucht. Die Urteilsfindung wird definitiv so fallen, dass ich noch genug Uhrzeit hätte zu reagieren, falls die Sese und jene sich gegen die Sese und jene internationale Karriere entscheidet. Auch den Zuwachs auf dem Radar ist sich Christian Wyck sicher. Eine große Amt des neuen Bundestrainers wird es der die das sei nicht je, einen Wandel in dem Kader der DFB-Frauen einzuleiten, es wird sicherlich so der die das sei nicht je. Die muss sich erst generieren, und dasjenige wird ein kleinster Teil dauern, dass wir eine neue Architektur finden müssen. Aber mir scheint denn doch, dass wir dasjenige eine oder alternative Talent haben. Wir haben es zwischen der U20-Weltmeisterschaft gesehen, die Sese und jene jenseits Konzis oder weit sogar zwischen der A-Nationalmannschaft anklopfen werden. Auch den Namen von Vanessa Fudala nahm der 51-Jährige in den Mund. Die Leipzigerin würde sogar auf der Liste von interessanten Spielerinnen für die Sese und jene Nationalmannschaft stehen. Fudala zeigt Woche weil Woche ihre Qualitäten in der Offensive und führt aktuell mit drei Treffern die Sese und jene Torschützenliste der Bundesliga an. Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft trifft sich in dem Oktober zum ersten Mal mit dem neuen Trainerteam. In schon wenigen Tagen soll sich an diesem Punkt ein Team formen, das gegen England in dem Wembley-Stadion bestehen kann. Interaktion mit den Spielerinnen und ihnen die Sese und jene Spielphilosophie konzis und prägnant beizubringen, sei der Schlüssel. Ich bin ein Trainer, der den Spielerinnen Leitplanken verschaffen möchte, und drin dieser Leitplanken die Erlaubnis haben sich diese und jene Spielerinnen gern ausleben. Ich will sehen, dass wir Spaß haben und stolz darauf sind, für Deutschland zu spielen, sagte Wück. Gegen die Sese und jene amtierenden EuropameisterInnen aus England würden die Sese und jene DFB-Frauen ein erstes Ausrufezeichen setzen. Das Team würde sich sehr auf dasjenige Highlight-Spiel freuen. Ich habe aus Spaß an der Freude denn doch gesagt, so wie wir da gewinnen, trete ich sofort nochmal zurück, witzelte der Bundestrainer.